hallo liebe leute und herzlich willkommen und heute muss ich euch begrüßen indem ich eine spoiler warnung herausgebe denn das hier ist ein spoiler für eine lootbox die eigentlich noch gar nicht erschienen ist jawohl das ist nämlich ein teil aus einer lootbox die erst am 25.3 den bestellschluss hat und bis dahin könnt ihr sie bestellen 25.3 wo natürlich bei get digital und zwar ist das die batman box ich meine ihr habt ja im titel schon gesehen was erzähle ich viel aber es ist so das hier ist ein spoiler item eins der haupt items wie mir gesagt wurde glaube ich zumindest ja und insgesamt sind sieben items drin in der box und die box kostet 79 95 und bietet euch einen gegenwert von über 120 euro so damit sind die modalitäten aus dem weg geräumt wenn ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt für die box wenn ihr euch die box selber bestellen wollte aber nicht wissen wollt was drin ist dann müsst ihr jetzt leider abschalten daumen da lassen und so wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut wenn ihr neugierig seid ja dann bleibt dran und wir schauen uns gemeinsam diesen wunderbaren artikel an ich habe schon mal reingeluschert ja muss ich zugeben weil da war nämlich noch ein briefchen für mich dabei den musste ich ja erstmal durchlesen aber spoiler alarm hier ist ein spoiler item drin ihr habt ihr seid gewarnt ihr seid gewarnt wir fangen aber erstmal an mit anderen dingen und zwar habe ich einmal für euch für das osterrätsel einen code ich weiß nicht ob er wird das scharf ja doch wird ne so wie macht ihr damit so so macht ihr damit nichts verdecken könnt ihr euch angucken na ja also osterrätsel wenn ihr da interesse dran habt dann haben wir ja noch ein bisschen was an informationen für die box ab 79 95 ab vielleicht wenn ihr größere t-shirts braucht oder so wird es vielleicht teurer ich weiß auch nicht ob t-shirts doch inklusive nerd shirt es wird also auch ein shirt drin sein spoiler nur solange der vorrat reicht das ganze ding ist hart limitiert und hat begrenzt also gebt gas dass ihr die euch bestellt bis zum 25 sind dritten ist es auf der webseite möglich ein link dazu habe ich natürlich in der video beschreibung ist aber kein referal link das einfach nur ein regulärer link ihr könnt auch über den anderen link gehen der unten drin ist das wäre dann mein link und dann könntet ihr dann würden die wissen dass ihr von mir kommt und dann müsstet ihr dann aber irgendwie noch auf die box kommen und gucken frage mich nicht frage mich nicht auch immer ist das eine legendäre batman box also eine special edition box wir sind gespannt was ist das item da es ist das ist nicht das item wo ist denn das item da ist das item es ist schwer es ist sehr schwer ein sehr schwerer artikel ja wiegt einiges dafür dass es relativ kleines was ist da hot toys hot toys kinder wir haben hier einen batman von hot toys hot toys kennt ihr ist eine firma die sind die stehen für qualität die stehen für hochwertige produkte und das ist hier ein movie suit armory miniature collectible mit led light up funktion aus batman arkham knight obwohl er sieht halt ziemlich auch so aus wie der klassische batman aus batman und batmans rückkehr und einen anderen batmansen ich guck mal ob ich das ding auf krieg es sollte möglich sein ihn zu öffnen ohne ihn zu beschädigen also die box ich weiß es nicht wahrscheinlich nicht ich bin dazu wahrscheinlich in der lage moment mal so da ist er ausgepackt der batman er steht in so einer ich weiß gar nicht was sein soll er steht auf jeden fall in so einem in so einem kasten ja und das ganze ding ist usb beleuchtet wir haben hier die möglichkeit hinten ein usb kabel anzuschließen und wir können hier unten das finde ich auch sehr spannend zack so ein so ein anschluss rausfahren auch sehr interessant also das ist auf jeden fall ein ziemlich cooles item das ganze ding fühlt sich relativ schwer an was aber auch durch die pappe kommt jetzt bin ich schwer sie gut aus ist wirklich schön bemalt gefällt mir insgesamt sehr gut schau dir noch mal aus der nähe an ja ich weiß gar nicht scharf wird so jetzt müsste er scharf werden das gesicht verstecken so und jetzt probieren wir noch mal aus wie das ganze ding beleuchtet aussieht ich habe es mal ein bisschen dunkler gemacht damit ihr mehr davon seht außerdem musste ich hier mein gesamtes setting umbauen damit ich an der steckdose rankommen die liegen nämlich normalerweise da unten und ich habe nicht so lange usb kabel aber hier seht ihr schon so sieht das ganze aus wenn der beleuchtet ist das sieht natürlich mega geil aus na also aus allen ecken ist das beleuchtet ist richtig geil finde ich einen mega coolen artikel mir gefällt das ding richtig gut ich weiß nicht wie ihr das seht ich finde den super und der wäre auch dabei wenn ihr euch diese box holt 79 95 auf der get digital webseite kommt ende märz auf den markt das ganze bis zum 25 sind könnt ihr euch das noch vorbestellen ich bedanke mich recht herzlich beim get digital team dass ihr mir dieses item schon mal zur verfügung gestellt habt und die box werdet ihr natürlich auch auf meinem kanal sehen können denn das wurde mir schon bestätigt dass ich die komplette batman box noch zum zeigen bekomme das doch cool war der schon im kino den neuen batman geguckt der soll ja richtig cool sein ich war leider noch nicht im kino momentan verkneife ich mir das aber ich bin sehr sehr gespannt auf den film und freue mich drauf tatsächlich ja schreibt mir gerne in die kommentare was ihr von diesem item haltet und ob ihr euch die batman box holen werdet und ansonsten kennt ihr das abo daumen benachrichtigungsglocke wieder anschalten ich freue mich auf euch bis dahin macht es gut jetzt zum ende nochmal dumm was ist ich das ende vom video ja da oben da gibt es ein video von mai das könnt ihr euch angucken da unten ist eine playlist da könnt ihr auch mal reinschauen und da drüben da sind so ein paar andere kanäle zum abonnieren Ja, das war's jetzt. Tschüss!